Ich hoffe, die drücken uns die Daumen. Oh mein Gott. Bitte. Leute, ich hoffe so sehr, dass die einst. Das wäre so ein Happy End. No match. No match. Nein Leute, die sind eins, die sind ein Perfect Match. Komm, komm, komm. Die sind so was von no match, ich sag euch. Nach der letzten Rechner müssen die ein zahlen. Bitte, bitte, bitte. Echt jetzt? Müssen die? In meinem Kopf. Das wäre gut. Das ist die spannendste Matchbox-Entscheidung. Das ist gut. Alter. Wo ist denn das? Oh, MG. Wie krass ist das denn? Scheiße. Oh mein Gott, ey. I cannot believe it. Wir sind so was von schlecht. Ja Leute, weil ich bewahne uns echt so sicher. So ist das Leben. Wir werden es trotzdem rocken. Wir werden uns zusammensetzen. Wir versuchen irgendwie was noch auszutüffeln, was noch auszutüffeln ist. Was soll ich dir sagen? Hättest du es gedacht? Sei ehrlich? Nein. Wo wäre es jetzt? Mon ami? Ja, safe. Erster Eindruck. Bist du enttäuscht? Gerne. Schon. Ich bin mega enttäuscht. Alles gut. Ich hätte es dir so sehr geholt. Ja, ich bin gut. 20 Singles suchen ihr Perfect Match. Und ihr sicherlich neue Videos. Die gibt's nicht. Hier. Und die ganze Staffel gibt's dort.